Was? Was? Nein! Ich bin wieder in der Lobby! Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Part, der auf meinem Kanal kommt, von TheDropper2 mit dem... Sandro! Ja. Hi. So, wir sind letzte Folge in... im Level 3. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Und wie ihr recht seht, ich bin 61 Mal gestorben und der Schlawiner nur 55 Mal. Und ja, dann würde ich sagen, Level 4! Okay. Ist das richtig? Ja, das war richtig. Nein, warst du nur... du wurdest nur geportet. Ich weiß. Nein, nur Schwein, nur Schwein. Okay, dann beginnen wir mal. Ja, let's do this. Okay, jetzt kommen Symbole. Was Symbole, was Symbole. Ja, das wirst du gleich sehen. Waa! Wo muss man durch? Wo muss man durch? Ich bin fast... Ich bin natürlich aufs Glas gefallen. Ja, muss man ins Lava? Nein, nein, also ja, ich kenne diese Map. Die gab's auch schon bei TheDropper1. Da ist einfach ein einziges Lava-Feld von diesen vier richtig. Und da kommen etwa drei solche Felder nacheinander. Ja. Ja, 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 nice. Ja, nice, 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 nice. Muss man einfach ausprobieren. So, jetzt, jetzt, wenn ich dich schlage, dann geht's, dann geht's, dann geht's. Ah, ich seh's auf der Minimap. Waa! Nein, warst du schon. Was, du sehst auf der Minimap? Was, was? Nein, warst du schon. Wir sind hier nicht am Cheaten, ne? Nein, 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 ich bin nicht am Cheaten. Aber ich treffe irgendwie immer das Glas. Ich treffe immer... Nein! Ich treffe auch das Glas. Alter, ich weiß nicht, wenn ich das Loch das Richtige... Ja, ich kann mich nie entscheiden, dann will ich gerade wechseln, bevor ich aufbralle und dann, ja, bin ich tot. Oh, ich jump aufs Obsidian. Junge, 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 das wird wieder ein Level, ich sag's dir, ich sag's dir. Okay, ich habe, ich habe das schon jedes Loch ausprobiert. Ich nicht. Oh, ich habe es geschafft. Das oben rechts, oder? Ja, das oben rechts. Nein, ich, nein, also bist du jetzt nicht gestorben, bist du unten? Nock, ich bin beim zweiten dann gestorben. Nein, ich auch, ich bin schon beim ersten. So rechts und dann unten links. Oben rechts, unten links. Ah, und rechts unten, denke ich. Unten links und unten rechts. Oh, warum hast du mir das gesagt? Jetzt, jetzt mache ich es, dass ich mache das. Nein, du warst unten rechts. Nein, also ich denke, habe ich gesagt. Ja, du denkst. Ja, okay, jetzt weiß ich natürlich, denke ich mal, ich hin muss. Scheiße, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gesagt? Nein, nein, ich habe eh gedrückt. Nein! Ich habe das Inventar geöffnet. Einfach so, einfach so, einfach ohne Spaß. Ich weiß, glaube ich, wo wir gehen müssen. Ja, ja, ja. Sagst du, sagst du. Sag ich. Was? Was? Ich war doch gar nicht auf dem scheiß Glas. Ja, ich habe es getroffen. Okay, wo jetzt? Wo jetzt? Okay, ich sehe schon die Kiste mit dem Diamanten. Nein, ich bin am falschen. Ich habe schon wieder vergessen, die Reihenfolge. Ja, er ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Nein, ich schlag mich nicht weg. Jetzt lass ich dich. Nein, jetzt bin ich aufs Obsidian. Warte. Ja, 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 ja. Dann gibt er mir die Schuld. Nein, nein. Hey, lass mich. Nein. Rechts oben. Ja, ja. Was? Das war doch rechts oben. Also, ich habe es getroffen. Oh, wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Hier oben rechts, oben rechts, oben rechts. Und links. Und links. Und dann war ich... Wo oben links, um links. Ich gehe mal oben links. Es ist falsch, er lacht. Er lacht, es ist falsch. Okay, ich weiß in etwa, wo man lang muss. Der Troll... Der Troll... Oh, was? Ich... Ich habe gedrückt und zack, war der Boden unter den Füßen weg. Okay, mal schauen, mal schauen. Bitte, bitte, bitte. So, oben rechts, oben rechts, oben rechts, oben rechts. Yes, yes, yes. Okay, das ist fies. Okay, das musst du mal setzen. Nein, okay, das ist fies. Haben diese Symbole irgendetwas auf sich? Oh, ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich sehe die Kiste, ich sehe die Kiste. Wie... Wie... Wie kommt man zur Kiste? Ja, dann musst du von unten wieder hinaufspringen. Aber... Das ist was richtig fieses. Dort, wo du die Kiste siehst, musst du nicht mehr durchs Lava. Hä? Ja, ich schaue es dann, wenn ich das überhaupt mal schaffe. Ganz links ist ein Loch. Ah, nee, warte, das ist jetzt scheiße, das ich erzählt habe. Ja, ja, ja. Das Loch muss man dann wieder, wenn man den Knopf gedrückt hat, nach oben springen. So, jetzt bin ich beim letzten Loch. Und wo muss man da? Wo muss man da? Oh, ich habe keine Ahnung. Oben links. Also nach der Kiste hat es dann noch eins. Was? Nach der Kiste hat es noch eins? Und du hast alle schon... Junge, Junge. Ich komme nicht mehr weiter. Ich bin jetzt oben rechts. Unten links. Alter, wo geht er? Unten links und dann oben rechts, glaube ich schon. Ich habe es vergessen. Ja, dann ist es richtig. Und dann unten rechts mal. Komm, 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 bitte, bitte. Na, hä? Alter, ich habe, glaube ich, auch schon alles ausprobiert, ey. Hä? Ich gehe mal unten links, habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich glaube, ich auch nicht. Lol, aber wir werden noch jetzt nicht die ganze Folge in einer mitbleiben, ne? Also jetzt habe ich wirklich alles ausprobiert. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Unten links. Unten links, bitte, bitte, bitte. Hä? Ja, denke ich auch. Hä, was? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ich probiere jetzt nochmal oben rechts. Irgendwie... Nein, dann falle ich auf Obsidian. Ich habe... Ja, ich habe es. Was du hast? Das ist der Diamant oder was? Nein, ja, ich bin ganz so... Nein, nein. Okay, ich kann es dir sagen. Nein, ich mache es jetzt auch, ich mache es jetzt auch. Ich bin... Oh, Eim und Fire. Ich brenne gerade wirklich, also... Nein! Alter, das geht schwer, diesen Diamanten zu kriegen, ey. So, so, und ich bin... Ich bin beim letzten, beim letzten... Ich weiß nicht wo. Oh, nein, nein, nein. Er lacht nur, er lacht nur, der Sack. Er lacht nur. Ja, der Sack hat es schon geschafft. Ja, der Sack... So, jetzt, jetzt, jetzt. Ich hole dich noch auf, ich weiß es, ich weiß es. Nein, ich kriege den Diamanten. Niemals, 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 niemals. Nein! Nein, ich war schon oben. Aber dann bin ich vorbeigeflogen. Niemals kriegst du den Diamanten. Niemals, niemals. So, jetzt, unten, links, hoffentlich unten, links, unten, links. Nein, ich bin tot. Was sollst du denn Diamanten? Ich habe ihn. Nein, 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 das ist, nein, das ist unglaublich. So, auf den runden Knopf drücken, oder was? Soll ich in die Lobby? Ja, also, wenn du willst, kannst du noch in den schwarzen Klicken, aber... Ja. Da kommst du nur noch nach oben. Ja, 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 ja. Ich bin wieder in die Lobby, ich bin wieder in die Lobby. Ja, ich habe... 3 zu 1, geile Sache. Ja, ja, ja. So, 11 von... Und wei... Ich bin Telefonierbord. Ja, ich war nichts. Weißt du was, ich habe gerade gemerkt, dass ich schon wieder vergessen habe, auf den Timer zu drücken. Oder ich habe es, glaube ich... Du hast es gesagt, denn ich habe es nicht vergessen. Du hast es nicht vergessen, geil, nein. Wie viel? Sieben Minuten. Ja, okay, läuft, läuft. Okay, das ist eine schwere Map. Das ist eine schwere Map. Ich sehe dich gar nicht. Hallo? Ich habe dich geschlagen. Was? Was? Das ist ein Baum. Oder... Nur... Ja, unfairerweise weiß ich, wo der Diamant ist. Ja, 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 der Insider, der... Weiß hier alles, der... Oh! LOL! Ich wäre fast unten gewesen. Muss man da in einen kleinen Teich rein oder was? Muss man... Ah, da! Wer will ich nicht hin und her? Okay, ich weiß. aber in Ordnung war es Arzt ist richtig ich 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 die ich nach oben war es man möchte er und einfach ins sind über was er verdient ein paar Schläge ein paar Schläge ich denke jetzt nicht ein bisschen weiter nach außen und dann soll ich das jetzt fast geschafft ich war ich bin auf dem letzten Ast hier hier Nein, ich weiß nicht wohin Und da falle ich gerade auf dein Ast Vielleicht jetzt Ich bin neben dem Wasser gelandet Welches Wasser? Nein Hä? Oh, es ist Diese Maps Es ist doch unmöglich, das zu schaffen Mitten auf dein Ast Hä? Ich bin bis unten gekommen Aber aufs Gras Nicht Wasser Vorhin habe ich gewohnt, jetzt fände ich irgendwie die Wasserstelle nicht mehr Oh, ich hätte sie, ich bin wieder unten gefallen Nein, was war gerade neben mir Nein Gehen in die Ecke Gehen in die Ecke Gehen in die Ecke Und die schämt die Ecke Oh mein Gott, ich weiß wo Ich weiß wo Ich weiß wo Ich weiß wo gedrückt bitte ja ich bin unten was du bist auch unten ich bin unten ja ich bin unten aber wo ist die Kiste wo ist die Kiste ich sehe das hätte die hellblaue Wolle also das heißt ich kann jetzt hier spawnen ich bin wieder Lobby ich bin wieder Lobby hast du die hellblaue Wolle angeklickt das ist die Lobbywolle was soll Lobbywolle nein Lobby nein ich bin wieder jungen nein ja das ist jetzt natürlich also was also das zählt gerade zum hundertsten Feld wird man sagt nein die mehr Papiere nicht geladen und es unten was sie ist da los ich weiß es gibt oh nein ich habe einfach eher eins eiskalt ist ich bin wieder unten ich hab's wieder geschafft ich bin mir der Wind wie bei mir hat die Map nicht mal geladen also ja ich bin einfach der Babo jetzt nicht was ist ein Diamanten was ein bisschen Diamanten den Knopf für zum Diamanten wo ist der Wüste deswegen durch ich weiß auch nicht wo wenn es eben wohl ist er da ist ist er beim Tisch oben oh wir sind hier auf Schneiderwiese wir sind so wie Ameisen nein auf dem Tisch und ich habe dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen nicht auf dem Tisch oben du scheiß Hund nein auf dem Tisch ist da Diamant ah ok sorry ähm ähm okay ich lebe noch ja jetzt auf dem schwarzen klicken oder klicken auf dem schwarzen ja zack ich habe gerade auf den Ästen und versuche auf den Tisch zu kommen nein ich bin falsch gesprungen ich habe kein Schaden gekriegt ja du hast 3 stent jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr jetzt wieder das draufklicken und dann boom boom ach ja komm ich hoffe dass ich schaff das ja wie kommen noch doch hoch kommen jetzt muss zuerst auf den auf die Äste springen nein nein ich hab sie hat den Sprung verloren Boa Jo wie soll ich das schaffen jetzt jetzt gehe ich mal andere Taktik andere Taktik so jetzt nicht nein das war scheiß Taktik ich betont wo ich habe und den hundertsten Tod feiern wir hier komm schon jetzt nicht runterfallen Lo ich springe über die GAN ich bin über dem Tisch jetzt muss ich nur noch die Spinnen Feden treffen Lo ich hab ich schaff das niemals eh ich seh dich also ich seh ich nicht was 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 Diamant nein 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 und jetzt 4 Diamanten 4 1 oder was ja 4 1 ah schon in der zweiten Folge hab ich übelsten boah nein die Frage ist wie komm ich hier weg wie kommt man wieder in die Lobby ja auf dem blauen Knopf ja das kenn ich ja aber wo ist die Scheiße wo ist die Scheiße die Scheiße nein hier vielleicht hier vielleicht hier vielleicht hier vielleicht nein ich springe immer nur äh ja ich weiß es nicht ich weiß es nicht doch ich glaube ich weiß wo ich auch hier ja hier ich hab's gefunden ich hab's gefunden und ich und oh da ist er wieder in der Lobby da ist er reicht nicht und wie viele Minuten haben wir eigentlich jetzt wir haben jetzt 13 Minuten ja ich denke mal es wird wenn wir das für den 6 sind wir jetzt wenn wir jetzt nach der Reifen und das ist der Embryo wir sind Level 6 oder wenn wir kommen wir gehen wieder Lobby in Lobby wir haben keine Zeit mehr die wir gehen gleich es ist nicht einmal runterspringen ja nein nein das ist das sind dann in der nächsten wo wir müssen dann wissen wissen wie Spannung reinbringen ja 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 okay 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 Leute sei mir nicht so böse dass ich das gerade gesagt habe he 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 ja gleich sind wir auch bei den 15 Minuten so hier zack zack nein ähm hey ich hab dir nix getan ja ja so und ähm mit 13 Minuten das reicht das doch reicht das reicht so ja jetzt ist es gleich für 15 und da ist er in der Ecke da ist er in der Ecke oh Fleisch 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 nein so ähm ich würde sagen das wär's für die heutige Folge gewesen und ähm ich würde mich über eine Bewertung freuen und ähm schaut die nächste Folge bei ihm und ja sein Link ist in der Beschreibung schaut dann mal bei ihm vorbei und ja und dann die vierte Folge wird dann wieder bei mir sein die ist da ja ja das wär's damit eigentlich auch schon gewesen danke danke fürs Zuschauen Leute bis zum nächsten Mal haut rein das war euer Pumpkin und Flicky Ciao tschüss tschüss